Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gesund im Stress. Unseren Impulsen für Sie zu Hause mit Anregungen, was Sie tun können für Ihr Wohlbefinden, Ihre Gesundheit und Ihre Abwehr. Mein Name ist Annette Kerkhoff. Ich bin in der Uniambulanz zuständig für Kommunikation, Patientenaufklärung und naturheilkundliche Selbsthilfe. Und genau deswegen stehen wir heute hier nicht in meinem Homeoffice, sondern in meinem Badezimmer. Es geht nämlich um die Kraft des Wassers und die Möglichkeit des Wassers, die Abwehr auch zu stärken. Es geht ganz konkret ums Wechselduschen. Vielleicht denken Sie, ach Wechselduschen, da duscht man warm und dann kalt und vielleicht noch mal warm, vielleicht noch mal kalt. Was gibt es dazu zu sagen? Aber das ist schon interessant, wenn man überlegt, was macht das Wechselduschen mit der Haut und was hat das mit der Abwehr zu tun? Denn wenn wir an Abwehr denken, denken wir auch an alle Reize, die von außen kommen. Ob das Schmutz ist, Krankheitserreger, Kältereize, Wärmereize, Zugluft, was weiß ich, Verletzungen vielleicht. Und immer geht es darum, dass das dann alles auf unsere Oberflächen als erstes trifft. Das ist die Haut außen und innen sind es die Schleimhäute. Ob am Auge, in der Bindehaut, die Nase, der Mund, die Speiseröhre mit der ganzen Nahrung, die reinkommt, immer ist da der Kontakt zwischen außen und innen. Und deswegen macht es sehr viel Sinn, die Haut und auch die Schleimhäute für eine bessere Abwehr zu pflegen und auch ein wenig zu trainieren. Auf die Schleimhäute gehen wir ein andermal ein. Heute geht es um die Haut und wie man eben das mit dem Wechselduschen machen kann. In der Haut befinden sich kleine Blutgefäße, die Kapillaren. Bei Wärme entspannen sich die Muskeln dieser Kapillaren. Die haben eine Muskelschicht, eine ringförmige Muskelschicht. Dieser Muskel entspannt sich bei Wärme. Es wird mehr Blut angeflutet, mehr Nährstoffe, mehr Sauerstoff. Es wird mehr abtransportiert. Bei Kälte ziehen sich die Blutgefäße zusammen. Das Blut bleibt im Körperinneren, versucht aber doch diese Region hinterher wieder aus eigener Kraft zu erwärmen und zu durchbluten. Der Wechsel von warm und kalt trainiert die Blutgefäße. Und das kommt eben der Abwehr zugute. Beim Wechselduschen ist es so, wir wollen das Training der Haut, aber wir wollen es auch nicht übertreiben. Und das ist die wichtigste Regel für alle. Fangen Sie langsam an. Es geht nicht um eine Mutprobe oder um einen Härtetest. Sie sollen auch nicht den ganzen Vormittag frieren, sondern fangen Sie vorsichtig an. Schnell einmal kurz abgeduscht, eher vielleicht lauwarmes Wasser, allmählich kühles, allmählich kaltes Wasser. Vielleicht erst nur eine Runde, später zwei. Also es geht darum, dass Sie hinterher sich frischer fühlen und dass Sie sich auch wieder erwärmen. Vielleicht helfen Sie ein bisschen nach, bewegen sich, rubbeln oder vielleicht gehen Sie auch noch mal kurz ins Bett nach dem morgendlichen Wechselduschen. Aber Sie sollen auf jeden Fall nicht frieren hinterher. So, wie geht das jetzt konkret? Ich gehe mal hier in meine Dusche rein und mache Ihnen das trocken vor. So, wie geht das jetzt konkret? Ich habe hier meinen Duschkopf in der Hand. Den stellen Sie, wenn möglich, auf Strahl. Und dann gibt es eine Regel, nämlich, dass das Herz nicht erschreckt wird. Deswegen müssen auch gerade Herz-Kreislauf-Patienten wirklich besonders aufpassen bei diesen ganzen Anwendungen und sprechen Sie am besten einmal zu viel als zu wenig mit Ihrem Arzt, wenn Sie Probleme mit dem Herz, dem Kreislauf, dem Blutdruck oder auch mit der Haut haben. So, wie geht es los? Sie fangen möglichst weit vom Herzen an, um den Kältereiz so langsam dahin zu führen. Konkret, also rechte Außenseite vom Fuß, rechter Unterschenkel, rechter Oberschenkel, über die Leiste, nach innen, Innenseite vom rechten Bein bis nach unten zum Fuß. Das Gleiche am linken Bein. Sie beginnen außen am linken Fuß, linker Unterschenkel, linker Oberschenkel, Außenseite, über die Leiste, an die Innenseite vom Bein bis hin zum Fuß zurück. Dann der Arm von den Fingerspitzen über den Handrücken, vom rechten Arm hoch bis zur Schulter, an der Innenseite vom rechten Arm zurück bis zur Handinnenfläche. Linker Arm von den Fingerspitzen, Handrücken, außen am Unterarm, Oberarm, Schulter, wieder zurück bis zur Hand. Damit können Sie es eigentlich belassen. Sie können aber auch noch, wenn Sie sich noch ein bisschen mehr abhärten wollen, das Gesäß abbrausen, den Oberkörper oder auch die Schulter und das Gesicht. Seien Sie etwas vorsichtig hier in der Region, da sind die Nieren, die haben Kälte nicht ganz so gerne. Damit können Sie es gut sein lassen. Sie können aber auch noch mal eine Runde ranhängen. Hinterher sorgen Sie bitte für eine Wiedererwärmung und ich verspreche Ihnen, dass Sie frischer und munterer in den Tag starten. Das Ganze bekommt Ihrem Stoffwechsel, Ihrem Kreislauf und Ihrer Abwehr und Ihre Haut sieht, wenn Sie das ein bisschen durchhalten mit dem Wechselduschen, auch viel frischer aus. Ach ja, wenn es wirklich mal eng wird mit dem inneren Schweinehund und man so gar nicht den Kaltwasserhahn aufdrehen will, dann hilft nur eins, ächzen, stöhnen oder laut unter der Dusche singen. In diesem Sinne probieren Sie es mal aus. Bis zum nächsten Mal, Ihre Annette Kerkhoff. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.